Guten Abend, hier sind die neuesten Nachrichten. Heute berichten wir über eine aufregende Entwicklung in der Musikszene. Transmusik erlebt eine beispiellose Renaissance und begeistert Millionen von Fans weltweit. Transmusik, bekannt für ihre hypnotischen Beats und melodischen Klänge, hat in den letzten Monaten eine massive Popularität erlangt. DJs und Produzenten aus der ganzen Welt haben neue Tracks veröffentlicht, die die Charts stürmen und auf Festivals für ekstatische Stimmung sorgen. Laut dem renommierten DJ Armin van Buren, Transmusik hat die Kraft, Menschen zu verbinden und sie in eine andere Dimension zu entführen. Es ist erstaunlich zu sehen, wie viele Menschen sich von dieser Musik inspirieren lassen. Die Streaming-Zahlen für Transmusik sind in den letzten sechs Monaten um 150 Prozent gestiegen, und die Nachfrage nach Live-Auftritten und Festivals ist höher denn je. Experten prognostizieren, dass dieser Trend in den kommenden Jahren weiter zunehmen wird. Das war's für heute mit den neuesten Nachrichten. Bleiben Sie dran für weitere Updates und genießen Sie die magische Welt der Transmusik. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.